Hallo, da sind wir wieder. Oder so. Hier ist eine Säule. Die war eben nicht da. Nein, war sie auch nicht. Okay. Das ist alles doof. Warum? Was hast du denn gemacht? Ich bin planlos. Ich bin so planlos heute. Wo willst du jetzt denn hin? Da raus. Eben. Das ist doof, ne? Ja, ja, ja. Ah, ich hab mal wieder recht. Sie wollten es ja nicht glauben. Nein, ich wollte überlegen. Na, machen wir noch ein bisschen anders. Level 100 Schwein. Das ist ja toll. Und das kackt. Mit 100, Level 100 Kacker. Ja, du bist ganz zielschräbig, ne? Ja. Oh, das hat so lieb geguckt. Und das hat mir zugezwinkert. Ich konnte es nicht umbringen. Was machst du denn da hinten? Echt nicht? Bist du das? Ich bin das. Bäume fällen? Aua, aua. Ich komm, sag doch Bescheid, dass ich dich beschütze. Ich muss dich doch beschützen. Ich komm ja schon wieder zurück. Ja, siehste. Das ist Schiss, ne? Ja. Schissi, 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 schissi. Hier sind nämlich laufende Schweine. Laufend sind hier Schweine. Muss ich aber wirklich auch mal überlegen, wie man das macht. Oh, hier hat einer ein Level ab. Boah, das sind ja hübsche Schlangen. Warum kann man die nicht zähmen, ne? Die ist ja hübsch. Die ist total blau. Und die knuddeln sich so süß. Was hat der denn für ein Problem? Ich hab zwei Prime Meat. Noch mehr Prime Meat und ein Prime Dilo. Dann machen wir das so einfach. Ui, 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 ui. Ganz genau. Das Flugpferd. Hä? Das war, sollte nichts bedeuten. Ich bin so abgedriftet von zu Hause. Ist die Schlange tot? So. Okay, ich komm mal wieder zurück. Ich wollte noch... Gut. Noch mehr von den... Dein T-Rex hat ein Level ab. Was soll ich machen? Ähm, Stärke. Hä? Angriffskraft. Angriffskraft. Oder Angriffsschaden ist es ja. Dann baue ich noch ein paar von diesen Dingern, ne? Bau du noch ein paar von diesen Dingern, ja. Ich glaube, ich baue noch ein paar von diesen Dingern da. Da hat ganz viel Prime Meat hier. Hast du ein Lagerfeuer mit? Nö, ne? Äh. Äh, nee. Ich brauche Thatch, Flint und Stone. Setsch. Natürlich nix da, ne? Das ist gut. Das wird toll. Das wird gut. Fetsch. Flint. Au, wieso geht das da nicht? Hast du noch Fetsch? Ich brauche Fetsch. Ja, ich habe Setsch. Wieso nimmst du immer alles mit? Weil das nicht viel war und ich das brauche. Ah, ich brauche das auch. Komm mal her. Hier. Kann mein alles, mein ganzes Setsch. Nein, ich brauche da nicht so viel. Na gut, vielleicht doch. Da waren auch noch elf. Elf? Das reicht nicht. Ich brauche zwölf. Ja. Warum nimmst du das alles mit? Weil da eh nicht viel war. Oh, hier guckt ein Pferd. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Das steht gar nicht auf dem Flur. Ich muss mal hier die Spitze nehmen. Die Hacke. So macht man Fetsch. Ganz einfach. Da musst du mal zu Fuß mit... 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 Zu Fuß... Dingsen. Zu Fuß Dingsen. Ja. Wenn du denn mal so meinst. Ja. Schon wieder so ein Schwein. Jetzt mache ich mal hier. Wo mache ich das denn mal hin? Mache ich mal hier hin. Hier so. Ii. Ii. Mann, ich habe das ausgewählt. Das ausgewählt. Dann kommt hier... Das rein. Das kommt... Das rein. Odin. Oha, Hilfe. Achtung, Stein. Oh. Na? Heute habe ich dich gerettet. Mann, sind ja viele Schweine. Aber echt. Tee. Hä? Das ist ja gleich kaputt. Ah, gut. Hä? Was ist da? Nun, lauf doch! Das nervt mich immer so. Tee, 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 tee. Ich kann da nichts für. Warte mal. Ich muss mal mit Odin los, ne? Ja, ja. Bin nicht weit weg. Ich mach doch hier, du Schnitzel. Ah, hält das noch? Ah, könnte noch gehen. Ach. Ja. Toll. Was denn? So. Müsste das ja auch schon wieder fertig sein jetzt? Das, nee, das da, ne? Braucht du nämlich mal ein bisschen Tetsch. Tetsch. Ich hab mal eben sechs Cocked Prime mit Schnitzel gemacht. Sieben. Das ist gut. Und noch mehr Fleisch. Und da ist noch eins. Ich hab sowieso ganz viel Fleisch mit, also... Most on Petal wäre gut. Naja. Da haben wir doch genug Fell. Oh, es ruckelt. Echt? Stür den? Stür noch nicht immer so... Odin? Ich hab nichts gemacht. Irgendwas passiert hier. Ja, es wird dunkel. Odin ist doch hier. Ja, ich hab ihn aber eben nicht gesehen. So, ich wollte hier mal eben... Boah, ist das hell. Das ist das Blöde. Im Inventar ist es dann so hell. Wo ist denn das Holz? Ist ja kein Holz mehr. Ja, ich hab das. Moment. Warum musst du dir eigentlich immer alles rausnehmen? Wollte ich nicht. Hast du aber... Ja, ich wollte was bauen. Ja, ich wollte mit dem Tetsch auch bauen. Du hast mich auch angeschickt. Ich wollte ein Monster on Petal bauen. Ich weiß sowieso nicht, wie das geht. Da war ich nämlich gerade am Gucken. Das ist völlig überbelichtet. Meusel und Postler. Ich brauch 65 Steine. Oh. Da sind keine Steine mehr. Da waren auch mal Steine drin. Odin, hast du noch Steine? Ich brauch nur... So. Kann man nicht anzeigen, dass er nur das anzeigt? Ähm. Und dem Kram, das man dabei hat? Oh, ich hab ein Level ab. Ich hab ein Level ab. Oh, GZ? Oh. Bin ich 80? Ich hab hier so komische Füße. Mache ich auf Tragen? Oder... Ah ja, das kann sein. Okay. Oh. Ja. Tragen ist gut. Was denn? Ja, ja. Ich bin Level 80. 80. GZ, GZ. Ich bin endlich 80. Uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, yes. Ach, Odin. Oh, Mann. Mann, komm mal hierhin. Yeah. Ach, nee. Lass dich da festgebacken, die dumme Nuss. Steh natürlich doof. Ach, nee. Ach, nee. Ich steh ja grad hier unten. Ähm, das ist mal gut. Was machst du denn hier? Das leuchtet hier durch. Ist ja süß. So, ich hab hier noch so fünf von diesen Stacheldingen. Wie weit... Soll ich hier einfach hier weitermachen, so am Felsen vorbei? Du, sag mal. Oder wie groß willst du das machen da raus? Ich will das nicht... Achso, weiß ich nicht. Ich weiß keine Ahnung, in was... Ich fang jetzt einfach mal an hier. Fang einfach an. Mach einfach mal. Wenn das nichts ist, dann können wir einen Durchgang machen und das erweitern. Ja, ja, eben. Ich hab da auch keine Idee zu. Ich steh ja mitten in dieser Geentengrütze. Ich brauch neues Material. Ah, das ist ja cool. Weiß ich nicht. Ja, das ist aber ziemlich suboptimal mit deiner Schrägen hier, ne? Ja, da kommt noch keine dran. Warum nicht? Ich komm da nicht hoch. Weil sich hier Odin festgebacken hat. Gebackt. Backen. Gebacken ist auch schön. Hat sich gebacken. Da kannst du mal einen drauf backen, ne? Ja. Ich brauch Holz. Das ist immer schön. Ich bin noch nicht fertig und du sagst, das ist nicht optimal. Ja, du sagst... Ja, da passt ja noch keiner ran. Ach so. Warum nicht? Leider noch keine Säule drunter ist. Ne? Musst du auch eine Säule drunter? Es muss zumindest in der Nähe eine drunter. Ach so. So. Hier kommt nach unten eine Säule hin. Ich seh dich nicht. Ach, da bist du. Hier. Ja. Hier ist... So, und das hier wird schon Haus. Irgendwie. Aha. Okay. Guck mal, ich hab da diese Pieks ja da hinten gemacht. Siehst du das? Ähm. Darunter da. Ach, darunter. Ja. Ne? Das ist schon ganz schön weit, ne? Das ist schon ganz schön weit. Die sind nämlich ganz schön breit. Ich find die Dinger gut. Besser als so einen blöden Zaun. Weil da gehen die gar nicht rein, ne? Irgendwie. Nö. Denk ich mal. Ich glaub, das wird gut. Mhm. Das ist unsere... Ich bin nur am Überlegen. ...Sumpffestung. Ich bin nur am Überlegen. Ja, mach das nicht immer alles zu kompliziert, bitte. Ich will das aber doch praktisch machen. Ja, aber das wird immer... ...artet dann immer aus. Und dann klappt das nicht und dann ärgerst du dich. Ja, sowieso. Und das wird dann blöd. Und hier ist schon wieder kein Holz und nix. Nö. Wird ja bald wieder Tag. Ja. Hilfe. Wieso kann ich das wieder nicht... Blöde Pflanzen hier. Ach. Das wächst alles zu hier. Ja, meh. Ich hab mir hier die Schnitzel rausgenommen. Ja, ja, sicher. Sollst du ja auch. Ist er dafür da? Frisbee? Frisbee? Hallo? Ich will mal... Mach das mal so. Der hinten ist doch so ein grüner Strahl. Der ist ja noch lange nicht da. Routestrahlen haben wir gar nicht. Scheiße. Und lass ich das. So, ich wollte mir das mal eigentlich nur von oben angucken. Was... Wie weit ich da jetzt bin. So. Kann man gleich das Känguru da hinten mit einsperren. Wenn ich dann noch mal fünf hinmache, bin ich bei dem Baum. Und dann könnte man da rüber schon wieder, ne? Oder soll ich weiter in den Sumpf rein? Hm. Man weiß es nicht. So, ich hab ja selber keinen Plan, wie groß das in etwa sein muss. Was ist denn jetzt passiert? Achso, ich bin umgestiegen. Ich geh mal mit dem hier los. Bäume mir fällen. Ja. Dann geh ich mit Odin mal los. Da hinten die Felsen noch wegkloppen. Gleich hier in der Nähe. Mit Odin? Kann der das? Nö, aber der kann auf mich aufpassen. Während ich kloppe. 26 Holz. Der fällt dir doch super gut hier, die Bäume. Der macht das gut, ja. Siehst du, was er dann, ähm... Ja, sicher. Muscheln kriegt, äh, Pilzen kriegt. Nö, doch nicht. Aber was ich gut finde, ist, du brauchst wirklich nur einmal zu beißen. Hilfe! Ich bin betäubt. Kommst du zu mir? Ja, ich komm. Ich bin schon unterwegs. Ich bin, ich bin, ich werde hier irgendwie von Schlangen oder alle möglichen angegriffen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, dann musst du nächstes Mal aufpassen. Du musst auf mich aufpassen. Du bist doch da. Ja, ich weiß nicht, da war irgendwas hinter mir und da bin ich schnell geflüchtet. Das war gut. Das war hier irgendwie... Ich komm mal mit. Hier sind ja auch Felsen. Hier, so alles voll mit Felsen. Hier sind irgendwelche Brumseln oder so. Ah, zwei rare Mushrooms. Das finde ich ja toll, dass es hier Pilze gibt. Mich greift irgendwas an. Mich auch. Die Schlange hat mich hinterrücks angegriffen. Echt? Hab ich nicht gesehen, ne? Ich hab nur gesehen, hier ist ein Känguru. Das will ich aber nicht töten. Nee. Was für ein Level haben das? Das ist 48. Das ist ja toll. Dann haben wir hier ganz viele Pilze für... Für die Kängurus, die hier rumhüpfen. Schon wieder ein Pilz. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die hier sind. Das passt ja auch irgendwie. So. Ja, ne? Ich weiß nicht. Ja. So, 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 so der... Dieses... So wie in Australien, so völlig trockenes Gebiet. Ja, in Australien gibt es auch Sumpfgebiete. Aber ohne Kängurus. Hm, es gibt sogar Baumkängurus. Baumkängurus? Es gibt ja nicht nur Kängurus, es gibt ja verschiedene Sorten von Kängurus. Das stimmt. Kängurus und Kängurus. Oh, da haben wir ja richtig viele Pilze. Das hat auch keiner erzählt, ne? Dass Pilze einen Sumpf gibt. Dann muss ich mal noch mal in unsere letzte Themenproktologe reinschreiben. Ich weiß nicht, warum das Video so viel negative Bewertung hat. Oh, was habe ich da denn aufgegessen? Ich habe auf einmal ganz viele Beeren gekriegt. Ach ne, das war so. Aber ich glaube, das reicht jetzt an Holz. Oh, guck mal, das Kängurus aber auch. Hübsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fast sieben Stacks. Holz. Also ich kann mir nicht, also ich weiß nicht, dass die merklich weniger... Ne, die haben das ja auch so geändert, dass die zwar weniger Schaden machen gegen Tiere, aber trotzdem die Farmraten wieder erhöht. Guck mal, ich kann hier rüber. Cool. Das finde ich gut. Und das bricht nicht mal kaputt. So. Das Feuer hätte es ja mal ausmachen können, oder war es noch am Braten? Ich war noch am Braten. Ach so. Ich nehme mal die Kohle raus und das Fleisch. Hier ist auch noch Fleisch drin. Odin, du Nuss. Odin kannst nämlich nicht. Was? Darüber. Ich nicht? Also mit dem Dumbo ging das ganz toll. Ja, aber Odin hat Zehen. Ja, eben. Deswegen muss da noch eine Schräge ran. Ja, aber das klingt noch nicht, weil da zwei drin sind. Du, eine Foundation kannst du da unten setzen. So eine Gerade, so eine Foundation. Warum nicht? Nein, da muss keine Foundation hin. Da fehlt ein Pöller. Wenn ich da an der einen Seite noch einen Pöller hin mache, dann kann ich auch noch eine Schräge einfach dran bauen. Dann mach das doch endlich. Ja. Schön. Du bist jetzt auf der anderen Seite. Ich bin hier. Ja. Da kannst du rum. Das habe ich extra freigelassen. Ha, 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 ha. Das habe ich wirklich, weil ich da ja auch immer lang gelaufen bin. Da staunst du, ne? Da hängen wieder Dinger in der Luft. Ich wollte hier jetzt noch so Piksdinger bauen. Ich nehme mal 100 Holz raus. Was denn? Hallo? Was? Nix. Nix. Doch, doch. Irgendwas ist immer. Ja. Irgendwas ist immer. Kann ich so viel tragen. Frisbee. Ja. Ich hole mal das Fiber von Frisbee. So. Ist doch alles nicht so heiß, wie es gekocht wird. Hä? 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 So, wo kann ich denn jetzt den Monster und Paddle mal hintun? Noch gar nicht. Doch. Kannst du hier hintun. Den kannst du hier auf diesen Pöller setzen. Ja, das ist gut. Das. Das sieht gut aus. Haben wir das geschafft. Meinst du wirklich? Den kann ich da nicht draufsetzen. Den sieht man da nicht. Boah, den kannst du da draufsetzen. Nein, den kann ich nicht. Soll ich den wirklich da hinsetzen? Dann ist er im Stein drin. Im Stein? Ja. Das ist ja blöd. In dem Pöller. Ach, dann setz ich ihn einfach daneben. Ich setz ihn einfach daneben. Ich weiß wie. Dieses Ding dahinter hat mich sowieso mehr gestört. Weiß nicht, falls was das sein soll. So. Na, jetzt hoffe ich mal. Das funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt hab. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß noch nicht. Vielen Dank.